ja hallo und herzlich willkommen bei elektrologisch deinem kanal rund um die elektromobilität heute mit einem sehr exklusiven test und zwar der skoda enyak rs iv den wir exklusiv hier in der schweiz testen dürfen wir berichten dir über ein paar tage fahrerlebnis berg und talfahrt was unserem fahrzeug gefällt was alles dabei ist und was vielleicht besser gemacht werden könnte vergiss nicht unseren kanal zu abonnieren und folgen uns auf den sozialen medien jetzt geht's los ja wir beginnen mit dem rs interieur schaut euch das mal an hier haben wir eine carbon leiste wir haben hier alcantara respektive stoffbezug und zwar zieht sich der ziemlich weit in der türe also auch da rein ganz unten auf man sieht auch hier alles mit teppich ausgekleidet das heisst wenn man da was rein tut dann kleppert es nicht in der mitte das armaturenbrett ebenfalls mit dem stoff hier mit einer grünen naht passend zum rs look auch das lenkrad hier im rs look mit dem grün die sitze die sind der absolute mega hammer haben massagefunktion drin sind elektrisch verstellbar und sehen nicht nur toll aus sondern sind auch sehr sehr bequem wir sind ein paar hundert kilometer mit dem fahrzeug jetzt gefahren und die passen wirklich überall ja das lenkrad hier mit klassischen tasten auch diese räder hier die sind top zum bedienen sehr praktisch habe ich beim coupé bereits bemerkt die lenkrad heizung die man hier direkt einstellen kann hier auf der rechten seite noch weitere elemente sehr griffig hier die paddles zum die rekuperation einstellen die erinnern eigentlich an alte gangwahlhebel ich persönlich muss ehrlich sagen habe sie auf dieser reise nicht benutzt ich bin ein b fahrer das heisst der maximale rekuperation von den hebeln her ist jetzt da start stopp knopf den habe ich tatsächlich nie gebraucht ein hebel hier auf der seite um die wischsteuerung hinten vorne zu machen dann auf der linken seite ich habe es ein bisschen herausgedreht der hebel für den tempomaten der da ist und natürlich die ganze lichtsteuerung ich hoffe man sieht es in diesem hebel hier das licht das man einstellen kann natürlich auch der blinker ja vom interieur hier bin ich wirklich sehr begeistert ich finde diesen materialmix hier optimal gewählt ihr seht ihr diese schwarze leiste die deckt ein bisschen das head up display ab das weiter hinten ist jetzt schauen wir mal ob ich die animation aufbringen die da gerade blinkt ich werde es dann im video größerer ansicht sehen seht ihr den enyak schriftzug und die üblichen elemente das ar display würde ich in der tat nicht wiedergeben und das vermisse ich wenn das ein auto nicht hat ja hier in der mittelkonsole das sieht von den elementen ähnlich aus wie das coupe das ich bereits getestet habe hier die lüftungssteuerung die ist super finde ich das 13 zoll display hier ist ziemlich groß steht gerade im raum da würde ich mir wünschen dass es vielleicht irgendein swivel hätte der ein bisschen zum fahr geneigt ist die elemente da kann man sich aber anordnen wie man möchte und dann kann man auch die navigation hier auf der linken seite benutzen ich habe mir tatsächlich jetzt in der vergangenheit jeweils die carplay funktionalität genutzt habe das eigentlich oft so dargestellt wie ich das in meinem eigenen auto auch tue und da ist das display eigentlich optimal platziert was ihr da unten seht vielleicht kommt euch das von anderen jetzt neu vorgestellten autos bekannt vor die temperaturleiste hier die sitzheizung hier die klimasteuerung ein home button den ihr drücken könnt zum in die home ansicht kommen diese drei buttons da mindestens sie zwei die könnt ihr selbst programmieren da könnt ihr lange draufklicken und da kommt eine auswahl an elementen die ihr da runter ziehen könnt und entsprechend anpassen könnt auf eure bedürfnisse ich habe da jetzt vorher carplay drin gehabt weil ich somit mit einem mit einem druck direkt zu carplay kommen das finde ich mega praktisch und da habe ich mir air care programmiert damit ich wenn ich im tunnel bin oder irgendein alter verbrenner vor mir fährt ohne katalysator nicht dessen gestank abbekomme hier unten von den elementen scheint die sonne ein bisschen rein reifendruck den modus den wir da auswählen können schaut mal kurz zündung ein damit man das auch demonstrieren kann da in diesem fahrzeug eko normal sport traction hat allrad antrieb der rs und den mode individual wenn ich mode individual da auf die poppels gehe sehe ich da kein dcc drin kann die fahrdynamik die lenkung den antrieb die klimatisierung steuern aber nicht die härte des fahrwerks dem fahrwerk komme ich dann gerne später wie ich das gefunden habe weit unten da die waren blinkanlage die schliessanlage die klimasteuerung die ich mir da auftun kann können wir uns nachher auch mal kurz noch anschauen ist jetzt ausgeschaltet damit ist nicht hört die frontscheiben die rückscheibenheizung und hier ein max button zum die frontscheibe enteisen weiter unten da die induktive ladeschale da bin ich nicht glücklich geworden mit dem iphone 12 pro sie ist zu klein es rutscht hin und her und ich weiß aber von anderen dass es da so 3d druckeinsätze gibt dass das handy dann in der mitte bleibt je nach fahrweise kann das ein problem sein auf der rechten seite ein normaler slot problem im sinn von dass das handy nicht lädt der becherhalter da unten der ist geteilt hier habe ich jetzt karten drin kann man rausnehmen das ganze und auch verschieden positionieren ihr seht ihr habt wie drei stufen die ich wählen kann entweder er steht in der mitte oder er steht ein bisschen links oder rechts das ist skoda typisch simple clever und gefällt mir sehr gut der kleine gangwall hebel da wenn man den so sagen muss oder möchte der ist dann toll zu bedienen ein touch drauf und dann ist man entsprechend element parkbremse hier und da haben wir noch platz für ein paar münzen und einfach hier mit ordentlich platz und einer antirutsch matte damit das ganze hier nicht hin und her geht so da probiere ich die mittelarmlehne ein bisschen besser einzufangen wie das letzte mal die kann man heben ist übrigens auch gerade die armstütze ihr seht funktioniert wie beim bett man kann es auf verschiedenen stufen hier hoch stellen wenn man dann das ganze offen hat haben wir da einfach sich rausnehmen kann für kleinkram und jetzt kommt da unten ist noch ein weiteres fach sich ebenfalls rausnehmen kann zeige euch das mal da auf dem beifahrersitz da kann ich den deckel schliessen öffnen wie ich das möchte sachen drin verstauen zusätzlich hat es hier noch einen gummizug wo ich was ein klemmen kann wenn ich dann möchte das ist wirklich simple clever und hat sich in der praxis jetzt sehr bewährt in diesen paar tagen wo ich das fahrzeug für skoda fahren durfte hier noch mal die beifahrer türe das carbone element und auch die türöffnung gefällt mir ausgesprochen gut ich finde es passt zum sportlichen anterieur und auch zu der mittelkonsole die wir haben hier wie gesagt stoff carbon silber dann hart plastik unten oben auch mit verschiedener musterung das finde ich wunderschön verschiedene plastikarten hier dieses element ist ein bisschen weich wenn ich darauf drücke und da vorne die lüftungselemente sowie das ar display ihr seht sie auf der seite da ist kein logo drin von soundsystem dieses auto da hat ein canton soundsystem und zu dem komme ich gerne später wie ich das finde hier das element denke ich das ist bekannt das ist der regenschirm der daraus kommt nettes gimmick auf der beifahrerseite kommt übrigens ein schneebesen zum vorschein das habe ich tatsächlich in keinem anderen video gesehen und das finde ich super clever die hintere tür hat ein integriertes sonnenrollo das heißt das kind oder der passagier kann das tatsächlich selbst einfahren um die sonnenlicht zu reduzieren wenn man es dann wieder möchte zack mit einem klick sauber versorgt das ist einwandfrei und meine tochter hat das sehr genossen diese freiheit zu haben dass sie jeweils die verdunkelung so machen kann wie sie möchte da noch die fenstersteuerung denke ich ist klar hier im gegensatz zu der fronttüre ist einfach plastik er geht dann aber weit hinten weit nach hinten das fach sieht man hier ein bisschen schlecht aber das ist riesen groß die fliegersitze sagte ihnen mal so die haben eine durchreiche eine fixe kopfstütze sind super bequem man schwitzt nicht drin und hier auch ein doppeltes fach also ein grösseres fach und hier ein kleines fach fürs handy rein zu tun dann hier haben wir die version mit einer drei zonen klimaautomatik mit sitzheizung die man hier noch aktivieren kann die temperatur die man einstellen kann dieses ganze setting das kann man aus der vorderen klimasteuerung sperren wenn man möchte damit die kinder beispielsweise nicht darum rum spielen weit drunter usbc-buchsen für die handys zu laden und hier auch in der mitte wieder ein cleveres element diese ablage buchs und bei dieser ablage buchs ist es so da habt ihr elemente die nach vorne drücken könnt dass ihr eine halbliter flasche einstellen könnt und wenn es nicht braucht könnt ihr es wieder zuklappen das ist wirklich mega super die sitze die farben die farbkombination das gefällt mir ausgesprochen gut was mir hier am fahrzeug fehlt ist etwas vom coupé ich persönlich bin ein absoluter fan von panoramadächern da kann man ein schiebedach noch haben soweit ich weiss aber kein panoramadach und das macht das ganze hat ein bisschen dunkler aber es sieht sehr sportlich aus ja diese ansicht werden skoda fans kennen wir haben den doppelten ladeboden drin wir haben seitenfächer sogar eine tasche fürs ladekabel jetzt in meinem fall hier auf der linken seite seht ihr das rollo das hier befestigt ist da kann man die sitze noch nach vorne klappen also die arretierung lösen die sitze die sind getrennt abklappbar links ein kleiner teil ein drittel zwei und hier auch die netzelemente noch gut zu sehen das sind wirklich gerade alle ausgepackt die es überhaupt gibt gibt es noch eine netzelement dass sich da über den ganzen boden spannen kann hier noch ein element mit durchreiche skidurchreiche da eine befestigung topteeter und ja auf der rechten seite hier ist die anhängerkupplung die entriegelung wieder vom vordersitz und eine 12 volt steckdose an einem wie ich finde relativ guten ort wenn man eine kühlbox im einsatz hat oder im kofferraum hat besser gesagt ist das an einer passenden stelle und ich würde mal meinen hier hält der stecker auch da gibt es andere fahrzeuge oder stecke nicht so gut hält hier auch wieder ein skoda element kann man was arretieren heranhängen und hier unten ist dann noch die notfall apotheke den doppelten ladeboden das kann ich mal kurz zeigen ist da auf der unteren stufe damit man noch mehr kofferraum platz hat 585 liter sind das glaube ich hier seht ihr das gepäck rollo das kann man da in dieser schaumstoff konstruktion oder in dieser styropor konstruktion gut befestigen und wenn man mal ladung hat zum befestigen gibt es da diese zwei elemente mit klett die kann man rauftun ich denke das habt ihr in anderen videos auch schon gesehen ja das element selbst das könnt ihr herausnehmen da je nachdem wie viel kofferraum platz ihr braucht hier unten ist dann auch noch ordentlich platz man kennt den soundsystem ist da ein bisschen weniger platz weil hier das abufer sitzt ja hier die besagte beifahrer tür und eben den den habe ich in keinem anderen video gesehen oder ich habe es nicht genau angeschaut das ist wirklich eine praktische ablage für zubehör und da vielleicht auch noch mal ein kurzer schwenk in den innenraum von der anderen seite ich finde das wirklich super gelungen mit diesen grünen applikationen mit dem rs logo das mag ich sehr und eben der komfort der sitze der ist einzigartig auch da vorne hat es isofix ösen wenn ihr mal kindersitz befestigen möchtet und da in der mittelkonsole hat es zwei riesen fächer und das praktische bei diesen fächern ist die einsätze da könnt ihr rausnehmen wenn sie schmutzig sind ich finde das hat immer mega wichtig wenn man was rein tut dass man es auch sauber reinigen kann und das ist da wirklich gegeben das handschuhfach ist groß oh wunder es ist beleuchtet sieht man jetzt da nicht aber ihr seht meine hand es wird aktiv beleuchtet ich finde für ein handschuhfach gehört sich das und wenn die grösse noch stimmt umso besser ja hier ist die aussen ansicht ich denke das crystal face das kennt man und eben in der rs variante gerade mit dieser arctic silver farbkombination finde ich sieht das mega geil aus das rs logo auf der seite vorne die dazu passenden felgen schwenke euch da mal kurz rauf ich finde auch die felgen die passen die sind ganz bestimmt aerodynamisch optimiert und ihr seht bin ich da an meiner lieblingsladestation bei gofast am laden und wir schauen uns gleich mal das heck noch an ja das heck vom enyak iv im generellen finde ich sportlich es ist kantig und je nach gewählter farbe fällt das ganze ein bisschen mehr auf die ganze karosserie form und ich finde das auto wirklich in arctic silver ausserordentlich cool mit gefallen kurven ich finde es die farbe nimmt ein bisschen die härte von den kurven weg die der enyak hat und das gefällt mir persönlich gut am besten gefällt mir natürlich dass der rs patch das heißt das fahrzeug hat 299 ps und allrad antrieb auch hier das auto kann selbst markieren die entsprechenden sensoren sind da vorhanden auf der seite und auch wenn man einpark der parksensor das sind ein paar elemente mehr wie wenn man die sensoren eben nicht hat ja noch kurz eben die geführenden punkte die ich angesprochen habe das fahrwerk ohne dcc das fährt sich toll auf verschiedenen belägen ich mit dem direkten vergleich mit einem dcc kann sagen es ist ein bisschen härter respektive mit dcc kann das fahrwerk noch so weich einstellen dass schlechter untergrund weggefedert wird aber ich muss ganz ehrlich sagen ich finde das den absoluten hammer das fahrwerk für ein in anführungszeichen standard fahrwerk das air display das ist bekannt von den elementen her das ist wirklich mega super zeigt alles an und ja auch die navigation dazu die passt ja vielleicht wenn wir schon bei der ausstattung sind wir schauen da kurz im menü rein das ist meiner meinung nach die aktuellste oder eine aktuelle version ich habe nämlich hier bidirektionales laden zur verfügung das heisst das fahrzeug kann euer haus laden ich habe da auch noch dabei im fahrdisplay die verbrauchsinformationen aktualisierungen da sind keine vorhanden also ich würde sagen das müsste 31 oder 32 sein könnt ihr gerne in die kommentare schreiben für andere benutzer die das vielleicht auch noch interessiert die software selbst die läuft flüssig es gibt teilweise elemente je nach grafik wo es einen moment dauert bis das alles da ist glaube dieses element hier stockt teilweise vom verbrauch her ihr seht es jetzt ist natürlich warm das heisst 15 grad 10-15 grad hier sieht es dann schon ein bisschen anders aus wobei für diese grösse ist das eigentlich auch noch alles im range das dürfte so meine tour sein oder eine der letzten touren seien das dürfte so meine tour sein oder eine der letzten touren seien das dürfte so meine tour sein seit dem laden ich steckt das fahrzeug etwas an wenn ich ja steht dann lädt er und von dem her passt das die software die haben wir uns kurz angeschaut denke vom menü her gehe ich jetzt nicht in jedes detail rein hier haben wir auch noch ein ausländisches fahrzeug ein tschechisches fahrzeug vom berg direkt das das datenvolumen aufgebraucht er lädt oder er schlägt mir vor ich soll backdrücke aktivieren das lasse ich so wie es sein so wie sie ist im moment und ja vom schnell zugriff her von der software es läuft flüssig ich finde die funktionen einigermassen selbsterklärend ist aber auch klar dass man halt da drauf muss und sich dann ja ein bisschen damit auseinandersetzen muss wie das ganze aussieht laden funktioniert problemlos ich habe vom fahrzeug eine volton ladekarte business bekommen und konnte da an wald und wiesen stationen laden zum bidirektionalen laden vielleicht noch kurz da ist es so dass es aktuelle limits mew weit sind wir haben also 4000 stunden bidirektionales laden das wir da nutzen können und 10.000 kilowattstunden gibt wenig dc wallboxen und die sind relativ teuer das vielleicht ein grund wieso das fahrzeug hier noch nichts bidirektional geladen hat da werden wir mal schauen wie sich die limits mew weit entwickeln und wie das ganze dann am schluss aussieht ja ihr hört es ich bin tatsächlich begeistert von fahrzeug ich finde es optisch wesentlich schöner als die normalen enyaks also die rs variante natürlich auch wegen der mehrleistung die 299 ps die reissen wirklich an der achse und da kommt man ordentlich schnell vorwärts trotz des hohen fahrzeuggewichts hohe fahrzeuggewicht natürlich auch wegen des akkus hier haben wir den standard akku drin 77 kilowattstunden netto und 82 kilowattstunden brutto und von der reichweite her vom verbrauch her denke dass da muss ich nicht mehr viel machen oder viel erklären da mache ich auch keine grossen test das tun andere leute und ich finde für den alltagsgebrauch reicht es und wenn man unterwegs ist und den soc tief behält an einer vernünftigen ladestation kann man da innerhalb von kürzester zeit nachladen und fährt dann wieder weiter sonst eben die materialien gefallen mir die fahrleistung besonders das fahrwerk gefällt mir wirklich sehr und die sitze da bin ich persönlich ein fan davon die materialien wo man nicht schwitzt ich finde das mega wichtig weil es gibt nichts lästigeres weder wenn man im sommer einsteigt dann heiss hat oder im winter ledersitz einsteigt und dann hat man kalt und dieser materialmix da ist wirklich ausserordentlich gut sitze bequem die massagefunktion die speicherung der presets die man da machen kann also verschiedene fahrer profile quasi anlegen für das ganze und das ist doch wirklich eine tolle sache fahrzeug könnt ihr aktuell konfigurieren bin gleich vorher reingegangenen konfigurator je nach land natürlich erhält ich ist das fahrzeug ab herbst ich durfte dank skoda einen exklusiven vorab test machen von diesem fahrzeug herzlichen dank dafür und ich fahre jetzt noch ein bisschen mit dem auto rum und wenn sich da noch was ergibt würde mich normal bei video bei euch melden herzlichen dank fürs zuschauen bleibt gesund ich hoffe ihr abonniert den kanal und folgt mir auf den sozialen medien wo ich immer mal wieder auch bilder poste besonders auf twitter wenn ich so ein trip oder test mache herzlichen dank und bis zum nächsten video